Ich schau mal eben, also ich halte die Kamera so, ich mach mal ein Tastbild, einfach so, das sieht gut aus. Ich schau noch mal ein bisschen einfach zu Tara rüber. Stell dir vor, da kommt gerade dein Freund raus, hat dir was Schönes zu Weihnachten gekauft. Komm noch einmal, so, schau noch mal zu mir. Ah ja, sehr schön. Und vielleicht, wenn du willst, du kannst die Tasche sonst einmal kurz abstellen. Ich gehe mal ein Stück weiter zurück. So ist auch gut. Vielleicht einmal so hier durch diese Baum zappen. Schau noch mal ein bisschen so einfach in die Richtung. Ich sag das, weil das vom Licht ganz schön ist so. Ich komm noch mal ein Tick näher. Du kannst dich auch einmal so in die Richtung drehen, dass du nach da schaust und dann mit deinem Gesicht zu mir, dass du so über die Schulter schaust. So. Schau noch mal. Sehr schön. Okay. Vielleicht eins noch mal, wenn du dich hier hinstellst, dann haben wir noch mal einen anderen Hintergrund. Genau. Und du kannst auch einfach so die Straße runter schauen. Sehr schön. Mal schauen. So. Okay. Wenn du willst, ich habe immer noch so eine Sonnenbrille dabei. Ja. Ich zeige dir mal. Einmal nur ganz kurz. Das ist zum Beispiel hier in grün. Ja. Kannst du dich aufsetzen? Ja. So. Sehr schön. Ich halte die einfach weiter. So. Genau. Du kannst auch so die Hand in die Hüfte nehmen. Ja, genau. Ich gehe mal ein bisschen noch mal hier in die. Schau noch mal einfach den Weg runter. Und noch einmal vom Namen. Okay. Finito. Ja.